Ja, ich durfte die erste Kerze hier anmachen und ich durfte die erste Kerze da anmachen. Aber da ist noch was drin in dem Päckchen, ne? Echt? Ja, das war ja nur oben drauf gewesen. Das war ja nur oben drauf. Wo noch, sagt sie? Ui, ui, ui. Handmade. Handmade. Wow. Noch größer. Guck mal. Ja? Ja. Wow. Okay, da werden wir uns zum Tanken, diese Woche. Handmade. Wow. Äh, do it the other sister. Äh, the sister. Die haben sie heute auf Facebook gefunden. Ja? Lena mit zwei E. Ja. Weil meine Schwester, die hat eine Tochter, die heißt auch Lena, aber mit einem E. Ja, das ist Finnish. Lena mit zwei E. Echt? Ja. Ja. Wooh. Wooh. Krusty. 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 Hahaha. Make me feel I want to go home earlier. Hahaha. Really.